hallo liebe leute und herzlich willkommen zum neuen update hier in grand tourismo 7 update 1.32 ist da und ich zeige euch was alles neu mit dabei ist fangen wir an mit getty café da gibt's menübücher neu und extra menübücher auch neu hier muss man autos kaufen damit man die sammlung vollständig hat ich habe die hier schon vollständig und kann mir auch gleich die belohnung abholen und dann gibt es auch noch eine schöne geschichte immer zu den fahrzeugen also zu den hersteller auf jeden fall immer eine interessante sache autos sammeln und die geschichte dahinter gefällt mir richtig gut hier in grand tourismo 7 und natürlich möchte ich euch das auch gerne zeigen die sammlung ist abgeschlossen und jetzt möchte ich euch gerne zeigen was alles über diese fahrzeugmarke so hier im spiel geschrieben wird und das ganze blende ich jetzt ein viel spaß dabei ab 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 aber ab ab weiter geht's mit den nächsten autohersteller von shelby zu alpina und hier gibt es auch wieder was zu gewinnen und natürlich auch wieder eine schöne geschichte von den fahrzeughersteller und hier wünsche ich euch auch wieder viel spaß dabei so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war es mit den Extramenüs, jetzt haben wir noch Menübücher, da gibt es ein neues Menübuch, das Menübuch 47, super Formular. Dazu folgt aber ein separates Video auf meinem YouTube-Kanal, kommt demnächst auf jeden Fall hier raus und dann könnt ihr euch das gerne anschauen. Kommen wir zu den neuen Fahrzeugen, liebe Leute. Da gibt es ja einiges, vier Stück sind an der Reihe. Wir fangen mal an, Asien, super Formularfahrzeuge. Da gibt es zwei neue Fahrzeuge, kosten jeweils eine Million, genauso wie die ersten beiden. Und den werde ich auf jeden Fall kaufen. Also ich werde beide kaufen. Eine Million. Kaufen wir. Und dann kaufen wir den anderen auch noch. Und dann gibt es auch nochmal eine kleine Geschichte über die beiden Fahrzeuge hier. Und dann gibt es auch noch eine kleine Geschichte über die beiden Fahrzeuge. Und dann gibt es auch noch eine kleine Geschichte über die beiden Fahrzeuge. So, das war es von den beiden Superformular. Europa kommt zum Schluss. Da gibt es nämlich einen schönen AMG, den kaufe ich zum Schluss. Gehen wir erstmal zu legendären Autos. Da gibt es noch einen neuen Jaguar. Den haben wir hier gleich ganz vorne. Die anderen Fahrzeuge, die ich euch gezeigt habe, könnt ihr auch noch kaufen. Und hier ist er. Erstmal eine schöne Geschichte zu dem Jaguar. Und dann kaufen wir den natürlich auch. Und dann müssen wir auch. Und dann gucken wir das andere. Aber das ist ja so. Also dünn, können wir auch. Untertitelung des ZDF, 2020 Drei Fahrzeuge gekauft, jetzt kaufen wir das vierte neue Fahrzeug, Europa, dann gehen wir auf Deutschland und hier haben wir AMG und da gibt es einen neuen AMG. Ja, super Sache, gefällt mir richtig, richtig gut. Demnächst auch interessante Videos über diesen AMG hier auf meinem YouTube-Kanal natürlich zu finden. Und da ist er, kostet 480.000, super Fahrzeug. Erstmal dazu die Geschichte. Das gucken wir uns erstmal an und danach kaufen wir diesen wundervollen Mercedes-Benz AMG. Wir übrigen PSG das war es mit den fahrzeugen liebe leute aber es gibt noch was neues neue bilder die fotos wo ihr einfach so autos einführen könnt und dann schöne bilder machen können mit anderen teilen können ja hier ist echt schöne sachen wieder ich blätter hier mal durch was alles neu mit hinzugekommen ist wenn euch das eine oder andere bild gefällt schnappt euch ein auto euer lieblingsauto und dann macht schöne bilder ja auf jeden fall sieht das echt schön aus und auf jeden fall eine interessante abwechslung hier in gran turismo 7 liebe leute ja das waren hier die 25 bilder aber es geht noch weiter wir haben noch mal hier drüben da steht auch dieses neu und da haben wir jetzt noch mal 20 bilder ich hoffe liebe leute das video hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat lasst jedoch gerne ein daumen nach oben liebe leute und über ein abo würde ich mich sehr freuen dann bedanke ich mich recht herzlich fürs zuschauen und wünsche euch natürlich wie immer weiterhin viel spaß bei gran turismo 7 bis dahin leute macht's gut ciao und gute fahrt